3, 2, 1, let's go! Oh, oh, oh yeah. Jemand hat Tank, girl. Hm. Yep. Na komm, Moment. Ne, nimm mal eben was. Wie, wie, oh Gott. Perfekt. Ich bin tot, ne? Wir sind alle tot, außer dir. Oder? Ne. Der steht da unten noch mit seinem Konami-Ding in der Hand. Profos. Wenn du dich hinhockst, wirf den auch nur auf den Boden. Oder wissen wir, dass er irgendwo eine Kante runter. Profos. Wenn du ihn an die Wand wirfst, dann bleibt das auch hängen. Oh, der ist so dumm, der Typ, ne? Der ist nicht Robert jetzt, sondern der Typ da gerade runtergesprungen ist. Oh, wiss. Hat aber funktioniert. Er so, was ist passiert? Profos. Moment. Bäm, Alter. Hm, das muss ich jetzt... Links in der Ecke ist auch noch einer irgendwo. Ah, da. Stimmt. Hab ich nicht gesehen. Oh Gott. Ich glaub ich die weisere war, ja. Geronimo! Oh nein, die Bienen! Nicht die Bienen! Hi! Ich dachte gerade... Dito. Ich komm ja nie mehr raus. Kriegen wir schon irgendwie hin. So. Profos! Mich hat er natürlich wieder erwischt, ne? Und Play Nummer 2 ist wieder da. Hallo Robert. Oh, oh. Gedrückt halten musst du für die Waffe. Was? Achso. Boah! Profos! 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 Ach Gott. Wie er den Tod stürzt, ey, dieser Dulli. Genau wie vorher. Profos! 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 Nein! Hä? Was? Der ist links unten in der Ecke. Okay. Äh. Achso, da muss ich mal ein bisschen weiter rüberfahren. Oder? Da kann er springen. Man falar. Vorher frei! Tankerl ist eigentlich die geilste. Die können den ganzen Tag spielen, die Tossi. Ja, aber die kann ich... Wie kann ich denn... Wie kann ich denn hoch springen? Gar nicht, ne? Oh, ist der dumm, ey. Oh Gott. Du kannst die Waffe auch nach vorne ausrichten. Ja, ja. Mit Y, ne? Ne, mit... Ja. B? B. Das wird die auch direkt viel größer. Was passiert denn, wenn ich jetzt... Achso. Soll ich's wagen? Du kannst auch sprinten mit dem Panzer, ne? Ah, okay. Das sieht zu geil aus, wenn der springt. Achtung. Ich weiß aber nicht, wie weit. Volles Rohr! Spring! Genau. Und springen Schuss. Oh. Ja, gut, hat zumindest halbwegs funktioniert. Fast. Pfff. Kann der Leitern klettern? Das hab ich noch nicht ausprobiert. Ne, leider nicht. Aber... Ist ja egal. Und ins Gesicht kann. Äh, schlagen. Perfekt. Area liberated. Ja. Da sind aber wieder Leute verreckt. Die sind beide eh gleich tot. So, was los? Hä? Ich... Es könnte was regnen gleich. Pass auf. Versicht! Kein Problem. Alles im Griff. Wir haben's alle geschafft. Oh. Einfach tanke springen, dann macht er automatisch. Ja. Ich glaub, die sind alle tot. Alter. Einfach mal den Kopf abpacken. Oh, nein. Nein, nein, nein. Der Typ ist übrigens cool. Der hat eine Kettensäge. Aufpassen. Das ist, äh... Ash. Habe ich dich jetzt tatsächlich umgebracht? Sorry. Was? Mein Fehler. Ob... Vielleicht erst rufen, dann werfen oder so. Ja, ich mach's immer gleichzeitig. Das ist ein bisschen hohe. Oh Gott! Was machst du denn da? Alles kaputt. Arschloch. So. Was denn? Wusstest du das nicht? Doch schon, aber es sah so geil aus. Oh, oh, oh. Ja, oh, oh. Warte. Warte. Nein, warte. Scheiß-Karate-Kick, ne? Achtung! Ach, scheiße. Scheiße. So ein Quatsch, ey. Oh, oh. Äh, ich seh grad nichts. Ich seh noch nichts. Ich auch nicht. Ah, jetzt. Ähm, ja, jetzt sind wir hier unten wieder. Das ist ja egal. Ich lebe noch. Ich lebe noch und der Robert gleich auch. Guck. Da ist er wieder. Warte, seine Animation. Jojo. Ähm. Fynn auf zu schießen, dann sieht der Robert auch nichts. Ich hatte nur die Befürchtung, dass wir uns doch wieder gleich wieder mit dem Ding umbringen. Was? Ach so. Wir lassen niemanden zurück. Oh, fuck. Ah, mach. Ich mach das schon. Fynn ist zu hohl. Oh, Terrorkanone. Ich hab Angst. Ich versteck mich jetzt mit diesem Loch. Zeig dir mal, was Terror ist. Oh, sorry. Hör mal auf mit deinen scheiß Granaten, ey. Ich hab nichts anderes. Oh, Gott. Es regnet Trottel. Egal, ich hab ne Kettensäge. Oh, g- Ich war schön außer Luft vorbei, wie die Welt, ey. Ja, aber wie? Knappe 300 Meter vorbei. Ich kommen. Scheiße. Was ist das hier eigentlich? Wollen wir das Gebiet verschönert haben? Was? Corporate Operation? Alone, Bro. Mastry Capture Supply Drops, that have fallen in terrorist sands. Okay. Ach so, nee. Das ist hart. Das ist das C-Ding. Das ist eine Spezialmission. Ich weiß gar nicht, ob man hier Multiplayer spielen kann. Hab ich gar nicht probiert. Ich hab dir letztes Mal. Ach so. Ich bin mal eben raus. Okay. Okay. Das schlimm hat mir zu viel. Oh, okay. Wofürs. Ach, da bist du. Ach, wir sind für beide Rambo. Wofürs. Ich sterb so ein bisschen. Ach, was soll schon passieren? Ja, komm, das schaffen wir noch. Ich glaube, wir müssen dort rein, oder? Ja, müssen wir auch. Hier müssen wir rein. Nee, komm, komm, lass hier durch. Lass hier durch. Ich hab da einen Trick. Nee, genau. Die Steine sind nur echt ätzend. Boah, stopp. Was? Genau. Ach so. Ist auf der links, da kommt noch runter. Ah fuck, noch ein tiefer. Nee, warte, warte. Ja. Wir müssen eh noch unten. Ach so, wir müssen hier links lang. Ich bin nicht auf einem wie Minen oder sowas. Granaten hast du. Ah! Das hat super funktioniert. Oh Gott, Gott. Jesus Christus, Janus. Da, hi. Hi, danke. Na, voll nix. Warte. Lass ihn kommen. Ja, ja. Kommt der? Ah. Ah! Ah, scheiße. Das hat ja schon mal einigermaßen gut funktioniert. Soll ich mich verarschen? Einmal neue Granaten, bitte. Was ist mit den Leuten hier los? Oh! Ganz schöne Blutfontäne, mein Kollege, ey. Oh Gott. Ach, das ist kaputt. Er bleibt ja doch stehen. Ach so, den wollt's haben. Genau. Oh! Ich glaub, da kann man durchlaufen. Ja, kann man auch. Deswegen, ich wollte das eigentlich auch nicht kaputt machen. Warte mal. Ja. Ah! Ich kann aber verpimpfen, der Arc-Server und bietet immer noch keine Connection. Okay. Hm, das ist merkwürdig. Ey, warte. Da war auch immer noch die alte Person. Hm. Warte. Tschüss. Das ist... Wie auch immer der Hubschrauber da runtergekommen ist, ne? Ja, du wartest mal. Öffnung. Ach so, äh. Das ist merkwürdig jetzt mit dem komischen Server. Ich raff's auch grad nicht. Soll ich mir das noch mal angucken? Kannst du gerne machen, wenn du magst. Okay, dann, äh, geh ich hier nochmal eben wieder raus, ne? Wir können das ja eh noch, äh... Kann man eine fortsetzen? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ist so ganz normale Kampagne. Schaue ich mir. Okay.